Die Fails in The World's Hardest Game haben euch sowas von gefallen, zu welcher fordert, dass ich nun auch A Wannabe The Guy spiele. Lange habe ich mich dagegen gewehrt, aber nun ergebe ich mich. Ich spiele es. Es ist blind und ich rechne damit, dass ich wahrscheinlich nicht mal das erste Level schaffe, weil ich habe ja schon ein bisschen was gesehen, so bei Text und so, aber das geht gar nicht. Aber ihr wollt es unbedingt sehen und ihr bekommt es. Und so, Wanna Be The Guy, The Movie The Gang. Der Guy ist auf dem Weg zum Sterben. Das Geile ist ja auch der Schwierigkeitsgrad hier. Impossible, Very Hard, Hard und Mittel, aber leicht gibt es nicht. Naja, gut, nehmen wir das. So, der Typ konnte doch irgendwie springen, ja genau. Und schießen konnte der doch auch noch irgendwie irgendwo, ne? Ähm. Also an sich sollte ich ja nicht verwundert sein, dass ich jetzt sterbe, aber was war denn da jetzt? Ah, auf Z. Warum bin ich jetzt gestorben? Also normalerweise kommt jetzt erst hier so ein Ding, genau. Aber da oben ist eigentlich gar nichts. Warum das Level nicht geht, sag ich euch gleich. Schaut. Bis hierhin kommt man ja noch, aber dann geht's nicht mehr. Das nächste Brett kommt nämlich jetzt von rechts und ich muss irgendwie... Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich hab's glaube ich mal vor Ewigkeiten gesehen, aber ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie musste man dann da irgendwo mal wieder hochspringen, wo man schon war und... Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist es sogar besser, ich nenne den oberen Weg, aber... Da konnte man sich nicht hier irgendwie verstecken, ne, ne? Ne, bringt ja nichts. Oder ist es irgendwie erst loslaufen? Ne, ist auch scheiße. Rette dich du! Ich... Ne, leck mich. Ich mach's von da oben. Da sind diese geistesgestörten Äpfel, die einen umbringen. Die musste man irgendwie so weglocken. Ja, ja. So mit Zuckungen irgendwie. Oh mein Gott. Geh weg. Wow. War knapp. Manche von denen gehen auch nach oben, das weiß man halt nicht. Wer jetzt was ist. Die sind gar nichts, oder wat? Ah doch, die fallen runter. Wow. Ich dachte, der geht runter. Fuck. Ja, spring doch hoch, du Spast. Du spast. Leck mich. Weg mit euch, man. Wer pisst euch. Weg, 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 weg. Ihr könnt mich, ihr könnt mich. Ihr könnt mich. Alle könnt ihr mich. Ja, ja. Dem, der, 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 der. Yeah. Jetzt schaut's gut aus. Ist noch das Schwein hier weglocken? Ich geh jetzt gleich, man. Das ist schon bei vier Minuten. Fuck. Du kannst mich mal am Arsch. Geh weg, du Drecksapfel, du. Du asozialer. Du auch. Komm. Mach ne Pflege, was hat. Ja. Wie ein Apfel in Wasser sein kann, ne? Auch lustig zu wissen. Man. Übrigens, ich hab den gleichen Orangesanf wie bei The World als das Game dabei. Vielleicht bringt's was. Wollen wir's hoffen, ne? Ja. Ist euch zu oft auf Umschalt gedrückt. Das ist immer geil. Ja, ne Mutter. Wir haben fünf Minuten und ich hab noch nichts geschafft. Ist das nicht geil? Stattdessen ist mein Kopf zick, wo ist es mal abgeschlagen worden? Mein Blut flackt überall rum und meine Schleife... Warum hat er überhaupt ne Schleife? Ist er gay oder was? Warum hat der Typ ne Schleife? What the hell? Kann ich mich auch gar nicht dran erinnern, dass der Typ ne Schleife hat. Aber überhaupt. Gut. Wenn du das stylisch findest, ich find's schwul. Ja, oder den Mordhammer? Das gibt's nicht, ey. Glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, Mann? Ja, unten kann ich's auch nicht machen. Und unten geht nicht. Ich muss das jetzt schaffen. Jetzt reicht's mir aber. Jetzt schaff ich das auch. Ne, ich lass mich jetzt hier nicht von dir verarschen. Nein. Geh weg, geh weg. Ja, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Warum wollt ihr mich eigentlich ständig in solchen Situationen sehen? Also bei The World hat das Game okay, aber... Was war das hier? Warum wollt ihr so ne Scheiße sehen? Das ist doch ein Scheiß! Ich hab' voll idioter, dass ich eigentlich hier, äh, gemacht, dieses Spiel. Das ist ja mal... Boah. Ja. Aber es ist halt auch ganz cool, weil da ein paar, ähm, Nintendo-Charaktere oder sowas vorkommen. Zum Beispiel gibt's da einen riesigen Metall, ähm, Birdo oder irgendwas von Link gibt's auch, glaub ich. Das steht dann auch irgendwo in den Credits, dass vieles von dem Game hier gar nicht von dem Game kommt, sondern übernommen wurde. Aus Nintendo-Spielen. Und das geht nicht! Mann, wann akzeptierst du das endlich? Es geht nicht! Diese Scheiße. Hau doch ab, Mann! Ohne meinen Kopf! Geh einfach weg! Das kann doch nicht sein hier. Das ist doch... Das ist doch wohl lame hier. Verpiss dich! Verpiss dich! Du auch! So, das ist zu dir. Du spaßt. Weg! Okay! So, jetzt kommen die anderen noch nach oben. Aber die werde ich ja wohl schaffen, oder? Was ist denn weg, du Scheißkerl, du? Weg! Geh weg! Wann halt nicht... Wow! Oh Gott, dann gibt's keinen Fallschaden. Sonst wär's das jetzt gewesen. Oh jeder! Der will irgendwie gar nicht. Aber umso besser. Was ist mit dem? Der kommt bestimmt. Boah! Leute! So, ist noch der da hinten. Wartet mal. Gibt's da nicht eine Abrösung da oben vielleicht? Nee. Achso, der fällt runter. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Die dritte Wolke, die geht nach oben. Und dann musste man irgendwie... ...ganz schnell... Boah, das ist hart. Das ist hart. Leck mich doch nieder. Das schaffe ich nicht. Die geht runter, die... Wieso denn? Ich hab doch das Ding berührt. Dann wollte ich doch... Hä? Ich hatte noch einen Sprung frei. Erzähl, was du willst. Aber es ist so. Ich lass es. Egal, welchen Weg ich nehme. Oben oder unten. Es wird nix. Es ist beides zum Kotzen. Der ist aber ganz knapp an meinem Sack vorbei. Ja, jetzt kommst du, ne? Spass, aber vor ich nicht. Denk mich doch... Nein! Nicht runter! Sack lustig sind wir alle da. Fink Guinness, man. Leck mich doch am Arsch. Dieses Spiel ist einfach scheiße. Höööööööö們. Ü posing. Was um Gottes Willen habe ich denn jetzt falsch gemacht? Please tell me wann kann ich meinen Fehler wieder gut machen und verbessern? Boah, das ist ja nicht in eurem Sinne! Nee, ich werde in diesem Special nicht erst einmal das erste Level schaffen. Ich hatte recht, ich wusste es doch und deine Munde, die ist aber scheiße. Die ist doch mal weg von meinem Kuck! Nee, es wird dabei bleiben, also... Völlig unmöglich, ich hab... Ich werde mir direkt danach mal ein erfolgreiches Let's Play dazu anschauen und gucken... Hm... Wie der nicht gemacht hat! Boah, leck mich! So saumäßig müde, Mensch! Schlafst du überhaupt nicht? Keine Zeit! Und kein Bock! Ne Ahnung, irgendwie muss ich da ganz weit rüber und dann direkt weiter und dann runter und das geht nicht! Warum springt ihr nur einmal?! Warum springt ihr nur einmal?! Wieso?! Wieso?! Why the fucking hell, Mann?! Jaaaaaaahhh, deine Scheiße, ich kocke! Ich will meine Tastatur nicht zerstören! Ich brauch die nämlich noch, aber... Na, das ist krass, oder? Schon. kein bock mehr ich gehe jetzt runter ich versuche das irgendwie schaffen zu schaffen das ist irgendwie so ein blödes rätsel ich habe keine ahnung im moment mal mir kommt da gerade so eine idee gab es da nicht mal eine abkürzung das habe ich doch mal bei einem bug video gesehen oder hier oben glaube ich lassen wir mal den assi vorbei ich glaube dass tatsächlich eine abkürzung wenn dann habe ich totale hallo oder gleich hier oben ich bin mir sicher leute da war was was hier irgendwo irgendwo ich schaue jetzt überall nach aber das diesen scheiß hier mache ich nicht regulär ich bin noch nicht bescheuert ne also da war schon mal nicht dann war es da dann war es da und ich finde dich dieses teil da das muss ich jetzt irgendwie weglocken keine ahnung wie aber muss gehen kommt raus ja lol tatsächlich aber das level ist noch nicht geschafft es gab noch kein ziel aber schaut gar nicht so schwer aus das müsste ich doch wohl hinkriegen oder immer für eine überraschend gute geben ne ihr habt doch gelitten ganz im ernst what the fuck ich denke mal das ist so ein simples aufzugslevel wie Donkey Kong Country oder so und dann kommt da noch so ein abgefuckter Spy weiter 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 ein und aus mal atmen ist geil 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 jetzt kommt wieder komm 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 also zähl so was machen wir denn da jetzt ausgetrickst was ausgetrickst what the da kommen sie zu drüten runter ich glaube ich spinne das hat keinen sinn wenn das hat keinen sinn mehr ich schaff's nicht so gar nicht gar nicht aber schon gar nicht erst einmal schaffen würde wenn es der secret also das ist jetzt so man muss den stachel ganz oben erst mal runter locken und dann ganz unten drauf springen weil die drei freunde da kommen dann kann man den ausweichen und jetzt etwas jetzt es kommt mit sich irgendwo noch einen stachel ja ich sag tschüss leute der game ist nichts für mich tschau ne ne